Area 4 So da ist der Guzova wieder und weiter geht es und zwar ja ich habe ein paar gems gewastet, weil ich einfach wirklich mal wieder Boost machen möchte, weil sonst ja dauert das einfach zu lange It takes too long Und dann ja wie gesagt ich will ja auch ein bisschen weiter kommen ganz klar also ich will Ja in der zeit eventuell ich hoffe mal dass ich es noch auf der reihe kriege noch zwei mauern zu machen also Alex mäßig sieht sie jetzt eher mau aus da muss ich schauen Aber ich würde schon gerne noch von sieben auf neun zehner mauern kommen das wäre schon ziemlich geil Gucken wir mal Jetzt haben wir da noch was Ja der hund der braucht halt noch eine weile das ist natürlich dann eher ein bisschen fail aber auch die helden brauchen noch ein bisschen mal gucken ich Ach ich habe den Guzova noch nicht verlassen Zack raus dann muss ich den mal liefen dann gehe ich jetzt einfach in irgendeine entfernung city gucken wir mal das original sind uns und so Leute läuft Hey cool doch das ist doch ganz nett offen für alle geil bin ich drin Zack wird mich eh keiner kennen aber gut ist nicht wetter schlimm Aber da ist ja Also passt natürlich jetzt gerade zu meinem momentanen stand Dass ich sage Ich gehe jetzt eh hoch und da passt es natürlich richtig gut Da könnte man sich ja sogar noch Eintragen mal gucken ob die gerade Ja okay ist gerade eh kampftag von daher Ja gucken wir mal Boah cool Spontan Einfach mal Was zu sehen kriegen hier Was zu sehen kriegen hier Also ich wenn ich die truppen sehe sagt ich der schafft es nicht Bin ich jetzt mal ganz ehrlich Schafft er nicht ich würde sagen der kriegt nicht mal 50 prozent Das wird nix Zumal die haben gut vorgearbeitet meiner meinung nach hier Einen fetten nice drache drinne In der cb der macht alles platt Das äh Ja Bartschen im cb wa Du äh Das ist ein drache der hat richtig fett damage Also Hm Ist ziemlich geil Ich meine Ja Ist ja nicht so dass ich jetzt nicht hier gesagt hätte Also Wie gesagt ich Ich sage der schafft nicht die 50 Sehr geiler scheiß alter Cool Ich finde das immer wieder cool wenn ich äh Wenn es komplett bestätigt wird Sehr geil Und king ist down Oh Jetzt ist der drache Jetzt ist der drache down Überlegt mal was der gerissen hat Wir nähern uns den 30 prozent Wow Noch ein komplett gefailter rage Also ich würde mal sagen das ist die erste 0 stern runde oder Sehr geil Ah Man kommt in clan rein die haben gerade cw und man sieht wie einer richtig übelst an dem cw menschen in dem clan verkackt Sehr geil sehr geil sehr geil sehr geil ich meine ja cool läuft Geile def grad Richtig richtig geile def das hat doch gescheppert bogies und magier habe ich leider nicht Braucht einer Braucht einer Lohns zack gucken wir mal Könnte ja sein Ach äh ich sehe es gerade der ist ja eh gleich zu ende Ich dachte noch acht stunden nicht acht minuten okay dann kriegen sie jetzt aufs maul aber trotzdem war das natürlich Dann war es natürlich so naja hier kommen machen wir noch mal das letzte bisschen holen wir noch mal raus Ich hab acht Äh zehn stunden gelesen Gut okay Ja kommt gerade nix okay Aber nicht weiter schlimm Dann greifen wir noch mal an Mit meinen schönen Lohns aber Man muss dran denken Äh kein lava hund im start am start Aber ich denke mal auch das sollte Was hat er denn hier getan Okay 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 Geben das seine Wenn er Spaß daran hat Aber wie gesagt dafür ist natürlich viel zu wenig Na 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 nee 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 Nö 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 Äh äh richtig positionieren hier wieder Nebenbei bin ich wieder im forum Gucke Hin und her So Schauen wir mal Da sehen wir keinen townhall Da sehen wir Holy shit alter Was hat er am stissen Alter geil Richtig cool Richtig cool Also Ganz vorsichtig Wir wollen mal nur kurz das Rathaus nehmen Natürlich nicht Natürlich nicht Hier Ich würde sagen volle Breitseite Volle Breitseite Und gib ihm Kante Und gucken wir mal was geht Hier gehen wir richtig Die Queen müssen wir jetzt noch ausschalten Mit den Luckys Sonst holt die mir meine ganzen Lohns runter Habe ich null Bock drauf Und jetzt gucken wir mal was hier geht Einfach mal Schön Gucken Ich glaube die Helden lasse ich mir noch ein bisschen Die Helden lasse ich mir noch wirklich Weil es könnte ja sein dass die noch richtig übelst abgehen Na komm der Expo Läuft Sehr geil Sehr geil Noch eine Sache weniger Dann muss ich jetzt aber langsam reingehen Weil sonst kriege ich Zeitliche Probleme Ah das ist ein Geiles Ding Auf jeden Fall Aber hier Hier ist noch Außen Oh habe ich gar nicht Habe ich verpeilt Das Goldlager habe ich auf jeden Fall verpeilt 50% sehen wir an den Teslas Die aufgeploppt sind Ja nice Also was soll es denn Was soll es denn Schade Das Goldlager hier ist noch Komplett Ja doch Jetzt wird es ein bisschen Bearbeitet Und die Queen darf nicht down gehen Weil die soll das Dunkle ziehen Ja Queen Zieh das Dunkle Oh gut Echt Echt gut Bin ich richtig zufrieden mit Lass ich den King Ne kommt Leute Das bringt nichts Schade genug Dass die Queen down ist Wie sagt man Er hat zwei Daumen Und ein Auge Läuft bei mir Sehr geil Sehr geil Hossa die Woodfee Alter Also die Waldfee halt Wäre ja zwar noch Aber Sehr geil Oh da freue ich mich jetzt gerade Ein bisschen mehr Oh der ist echt Cool Braucht einer Loon So das Thank you Hauen wir da mal rein Ich brauche Verstärkungen Ja komm Ja klar angepisst Logisch Verstehe ich beim CW Hm Verstehe ich Wenn der CW so In die Hose Oder in die Tasche Des Gegners geht Dann ist das schon Nicht so lustig Aber Der Angriff war ja Jetzt gerade mal Oh das gibt Ach kommt hier Hier kommt Läuft beim Gusor Den muss man ja Jetzt mal zeigen Ich meine Zweieinhalb K Dunkles Und einfach mal 450k Gold Ist schon Ziemlich Geil Ja Ja Ziemlich Aber Ihr habt ja Das Gesicht gesehen Also Ich habe mich ja Leicht gefreut Ich habe immer noch Das Zucken Ne Das ist richtig geil Jetzt gucken wir aber mal Hier was die anderen Hier so reißen Ich werde ja nicht Nur so ein Glück haben Ah ok Da wurde er Richtig gut abgezockt Auf jeden Fall Mal gucken Beziehungsweise Also er Er hat ja geschrieben Es wurde verloren Und es gibt Rache Und so weiter Klar Aber ich würde Jetzt mal sagen Er hat ja Also wenn Wenn der andere Jetzt einmal Hier um die Base Rum spammt Dann wird das nichts Mit dem LX Aber mal gucken Wie der andere Sich anstellt Weil er hat Immer noch Also die Base Ist ja nicht schlecht Aufgebaut Da kann man ja Nicht meckern Weil hier Schön Fläche Also Das passt ja Genau Also so habe ich das Jetzt auch empfunden Weil ich mir dachte In Ordnung Viel kann da ja Jetzt nicht laufen Also der kann ja Jetzt nicht Wer weiß wie Abgehen Und hier alle LX Lagerplatten Mit 5er Bogis Das läuft ja nicht Und hier eben auch Wieder die perfekte Aufstellung Gold draußen Weil er kein Gold Hatte So Jetzt muss ich mal gucken Oder war das jetzt Der falsche Das war doch von Genau Das gibt Rache Aber war War doch okay Also War doch super Gucken wir mal hier Ja da ist schon Ein Champion Auf dem Hohoho Jo Jo Also Komplett Max Nett Hier Wirklich Hier noch 10er Da noch 10er Also wirklich Auch bei den Mauern Und das Ist schon Eine ziemlich Kranke Nummer Gejammt Definitiv Gejammt Geht Geht gar nicht anders Ist nicht Anders möglich Nicht ansatzweise Und gejammt Bis die Schwarte Kracht Weil Wir haben Alleine Äh Kleinen Moment Richtig Richtig Der Junge Hat Richtig Gezogen Und zwar Haben wir Alleine Für eine Mauer Von 8 Auf 10 Sind wir bei Ähm Sind wir bei 4 Mille Mal Also eine Milliarde Alleine Eine Milliarde Wäre nur Für die Mauern Von 8 Auf 10 Notwendig gewesen Also da Sehen wir Auf jeden Fall Da wurde mal Richtig In die Trickkiste Gem Kiste Gegriffen Auf jeden Fall Der hat Richtig Investiert Richtig Und ja Das ist halt So eine Sache Wo ich sage Ja Ist es das denn wert Ist es das denn wert Also Wirklich Was er dafür Investiert haben muss Ist schon Exorbitant Und Das ist schon Nicht mehr Also meiner Meinung nach Würde ich sagen Ist das schon Nicht mehr Im bereich Naja Mal Ein tausender Dagelassen Ich könnte Mir schon fast Vorstellen Also ihr könnt Mich gerne Na wie soll ich Sagen Berichtigen Aber ich bin Der Meinung Das ist Richtig Heavy Gucken wir mal Ob wir den Jetzt hier Gerade mal Finden Kann auch sein dass ich die Einstellung jetzt gerade nicht so habe. Doch, hier, das sieht gut aus. So, jetzt müsste ich das nämlich gerne mal schauen. Was? Hofi ist doch nicht so weit unten, oder? Habe ich den jetzt übersehen? Ja, der ist doch nicht bei 3K. Oder er ist rausgegangen. Da ist er. Ja, so, jetzt gucken wir nochmal kurz, einfach nochmal Vergleich. So, klar, mauertechnisch was ganz anderes, aber jetzt gucken wir mal kurz. Hier, wir haben schon 300 Millionen mehr. Und das, und ich weiß von Hofi selber ja, wie gesagt, dass er eben auch am Jam ist, aber eben nur immer die Helden, zack, zack. Und da ist die Fail-Mauer, die hat er nämlich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus Versehen mal weggedrückt. Also, kennt er ja selber, zack, Upgrade und bumm und fertig. Ja, passiert schnell mal. Aber, das war einer, der richtig gut was investiert hat. Ja, und, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, früher hätte ich noch gesagt, oh, krass, 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 weil ich da früher gar nicht hingeguckt hätte. Ich hätte nicht gesehen. Oh, der hat ja gejammt, weil es ja, wie gesagt, arbeitstechnisch gar nicht machbar ist. Ganz klarer Fall. So, geht jetzt hier langsam noch was hier? Das ist ja crankhaft, Alter. Ich werde ohne die Queen angreifen, die tut mir jetzt nicht weh. Aber, boah, krass. Aber, sind wir doch mal ehrlich. Er kann doch jetzt warten bis zum nächsten Upgrade. Weil er dann wieder was hat, was er upgraden könnte. Und, boah, nee, das wäre mir echt nix. Klar sieht das geil aus. Klar, hier mega nice, alles maxed. Klar. Aber, um diesen Preis, weiß ich nicht. Herbert, natürlich kriegst du was. Aber, ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich jetzt, weil ich habe ja auch nur die drei Kasernen. Muss man ja ein bisschen vorsichtig sein. Ach, komm hier. Nimm. Und sei glücklich. Ich hoffe, du bist glücklich. Kann sein, dass es heißt, ich wollte keinen Hund. Kann ja auch sein. Hoffen wir es mal nicht. Aber, wenn egal da steht, dann sollte das passen. Hoffe ich. Ich habe doch geschrieben, wenn soll ich. Es kam keiner. Achso, das war dann. Dachte schon hier. Herbert beschwert sich. Kann ja sein. So. Das war es dazu. Das war es dazu. Ja, alles andere würde sich jetzt ein bisschen zu sehr in die Länge ziehen. Und, dann seht ihr den Rest später. Wie gesagt, hier ist so meine Skala. Wie gesagt, immer daran denken. Ich habe hier noch die zwei Mauern. Aber, wie gesagt, ich will hier noch so ein bisschen, hier auf jeden Fall rund ums Dunkle, noch ein bisschen was schaffen. Und, mal gucken, wie weit mich der Boost bringt. Das war es erstmal. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao.